Mein Name ist Benjamin Falke. Ich bin mit meinem Falke-Tennis-Team verantwortlich für die Tennisentwicklung beim Rissen ASV. Wir betreuen inzwischen knapp 300 Jugendliche und es ist für mich Ehrensache, dass ich dieses fantastische Hallenprojekt unterstütze. Mit dieser Halle haben wir auch im Winter die Möglichkeit, noch viel mehr Jugendlichen den Spaß am Tennisport zu vermitteln. Besser in der Halle spielen als auf der Straße langweilen. Unterstützen Sie es auch.